Guten Morgen! Ja, mein Baby Schatzilein schläft hier jetzt einigermaßen wieder. Er ist gerade so am Einschlafen. Ja, sind ziemlich früh aufgestanden. Mein Freund ist gerade zur Arbeit gegangen. Der Kleine wurde jetzt mal gewickelt, halb gebadet, am Wickeltisch frisch angezogen. Hat jetzt gerade die Flasche bekommen und ein bisschen entertaining und jetzt ist er wieder am Einschlafen. Wir haben mittlerweile fast 20 vor 9, es ist jetzt 25 vor 9. Ich habe mir jetzt auch mal was zu essen gemacht gerade. Brot, das ist Sonnenblutbrot mit Kaltsilberwurst, Gurken und eine Birne. Ich habe übrigens seit jetzt, ich glaube, vier Tagen kein Ovo Maltine Brot mehr gegessen. Mega, ich vermisse es auch mittlerweile nicht. Ich habe mir gesagt, ich werde jetzt nur noch am Wochenende morgens ein Ovo Maltine Brot essen, weil jeden Morgen, das geht einfach nicht. Und obwohl ich so wenig geändert habe, sieht man das schon auf der Waage. Unglaublich, wirklich. Ähm, ja, ich habe jetzt hier mein Laptop angemacht, weil ich werde jetzt beim Frühstück eine Folge Alles, was zählt schauen. Danach wartet viel Papierkram noch auf mich. Ist noch, ähm, ja, heute viel, viel, viel zu tun. Ich denke, morgen wird es ein bisschen ruhiger werden, dass ich ein bisschen gechillter sein kann. Äh, vielleicht auch Videos drehen kann. Aber heute ist noch ein bisschen turbulent. Aber jetzt frühstücke ich erst mal und starte dann in den Tag, wobei ich schon gut gestartet bin. Es ist schon Wäsche unten angeschalten, es ist schon Trockner angeschalten, die Küche ist fertig, gesaugt ist schon, der Katzenklo ist schon sauber. Also eigentlich schon, ähm, sehr viel erledigt dafür, dass wir gerade mal, ja, halb neun haben, kurz vor neun. Läuft, würde ich sagen. Ach, der Kleine schläft endlich. Der war jetzt so viele Stunden wach. Er wollte und wollte nicht schlafen. Nach dem Trinken wollte er nicht schlafen. Ich habe mit ihm jetzt so lange gespielt und entertaint. Wir haben mittlerweile zwei Uhr. Ich weiß auch nicht. Total krass. Er wird immer aktiver und wird immer weniger schlafen. Ja, so ist das. Ähm, ich bin gerade dabei, ähm, ich habe gerade das Hochzeitsvideo gemacht. Geschnitten und hochgeladen. Das ist jetzt fertig hochgeladen. Ich werde das jetzt, ähm, denke ich, gleich online stellen. Hab jetzt aber zwischendurch auch nochmal ein paar, äh, Kommentare bin ich durchgegangen. Und, ähm, das Video vor dem Hochzeitsvlog war das Video, wo ich, ähm, da war ich im DM, hab ich euch da mitgenommen. Und da war ich dann abends die Hochzeitstorte besorgen und so weiter. Und das Video ging nur 10 Minuten. Das ist man ja von mir überhaupt nicht gewöhnt. Und ich mache immer sehr lange Videos eigentlich. Ich musste das aber an dieser Stelle abschneiden und hochladen, weil die nächsten Frequenzen wären dann jetzt die Hochzeit gewesen. Und ich wollte es halt nicht zusammen in einem Blog machen. Ich wollte halt so einen einzelnen Blog von der Hochzeit machen und das nicht alles zusammenstecken. Und mir ist gerade aufgefallen, das ist so lustig, ich kenne ja meine Kandidaten, die mir immer gerne negative Kommentare hinterlassen im Sinne von, boah, so lange Videos und so lange Laberlogs und keine Ahnung was. Und genau so eine Kandidatin schreibt jetzt, warum das Video so kurz war. Das muss jetzt, das muss jetzt wirklich keiner verstehen. Also das ist das, was ich meine. Das sind so Kandidaten, die an allem etwas zu meckern haben. Egal, ob das Video kurz oder lang ist oder ob es ein Labervlog ist oder ob es überhaupt gar kein Labervlog ist und, 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 und. Und, richtig krass, ich habe das jetzt gerade gelesen und denke mir so, ist das dein Ernst? Du meckerst immer über lange Labervlogs und jetzt auf einmal ist ein kurzes Video auch verkehrt? Indem ich auch noch im DM mitgenommen habe und gezeigt habe und so weiter, ist auch nicht in Ordnung. Ich wünsche, also manchmal verstehe ich die Logik nicht wirklich. Ach, Baby, du kämpfst schon wieder, gell? Ich dachte, er wäre eingeschlafen, ist er nicht. Er kämpft schon wieder. Er hält momentan seit so drei Tagen überhaupt nichts vom Schlafen. Schlafen ist mega langweilig und es gibt bessere Sachen anscheinend. Oh Gott. Ja, in ungefähr drei Stunden müsste mein Freund auch kommen. Dann werde ich mich fertig machen und meine Wimpern auffüllen gehen. Ich freue mich. Die sind nämlich, also die sehen zwar immer noch gut aus, aber sie können trotzdem mal ein Fresh-Up gebrauchen. Und ich bin am überlegen, ob ich nach dem Wimpern auffüllen nochmal ins Solarium gehen soll, weil ich ja am Donnerstag meine Laserbehandlung habe und dann ja erstmal nicht ins Solarium gehen darf. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde dann trotzdem irgendwann mal ins Solarium gehen, aber das Ganze dann halt mit einem dicken Pflaster irgendwie abdecken oder sowas. Apropos Pflaster, ich muss unbedingt Pflaster besorgen, dass ich das dann alles habe. Also, genau, ja, das ist eigentlich so das Einzige, was heute passiert, aber ich zeige euch später auf jeden Fall meine Wimpern, wenn die wieder ein Fresh-Up haben. Genau, also bis später. Ich bin seit über 20 Minuten unterwegs und zwar bin ich bis jetzt zwei Haltestellen, zwei Straßenbahn-Haltestellen gefahren. Also, Rush-Hour in einer Großstadt macht echt keinen Spaß. Das ist echt, ich hasse es so sehr, es ist egal, wie früh man losfährt. Wenn ich diese Strecke normalerweise jetzt, da wo ich, ich fahre ja zu meiner Wimperntante. Die ist insgesamt vielleicht von Haus zu Haus, abgesehen vom Parkplatz suchen, also jetzt nur wirklich von Haus zu Haus, vielleicht zehn Minuten entfernt. Zehn Minuten. Ich fahre jetzt schon 20 Minuten, über 20 Minuten, nur für zwei Haltestellen. Ich kriege die Krise, wirklich, das ist einfach nicht normal. Das ist so einer der negativen Sachen, wenn man in einer Großstadt wohnt, ernsthaft, das ist eine reine Katastrophe. Man muss einfach so viel Zeit opfern, alleine von A, um von A nach B zu kommen. Das ist echt krass. So sieht es hier übrigens aus, zumindest der Vorraum. Da ist zum Beispiel der Raum für die Wimpern. Da geht es noch weiter zur Massage und Co. Hier kann man Nägel machen. Jo, ich mag den Laden sehr gerne. Das sind übrigens mehrere, die das hier gemietet haben. Und die Frau, wo ich die Wimpern mache, dieses Kosmetikstudio, heißt Beauty4U. Frankfurt, in der Nähe vom Hauptbahnhof ist das. Der Feierabendverkehr soll doch schon fertig sein. Warum fährt ihr immer noch alle, als wärt ihr besoffen? Oh Gott. So, ich bin jetzt fertig. Oh Gott, da vorne ist auch noch jede Menge Blaulicht. Was ist hier los schon wieder? Unglaublich. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Wimpern. Ich habe wieder die 1 zu 1 Wimpern gemacht. Also eine unechte auf eine echte Wimper drauf. Ich habe jetzt aber in drei Wochen einen neuen Termin. Ich mache das ja immer so in drei Wochen Abständen. Oh Gott, okay, hier ist es richtig voll. Ich höre jetzt mal kurz auf zu labern, sonst denken die sich auch, was ist mit der los? Na endlich. Wie lang kann eine Ampel denn rot sein? Oh Gott, wir haben 20 nach 7 und es ist sowas von voll. An jeder Haltestelle stehen so viele Menschen. Krass. Wirklich, wie wenn so Weihnachtsmarktssaison wäre. Also das ist genau so, so richtig überfüllt, extrem überfüllt. Naja, was wollte ich gerade sagen? Beim nächsten Mal, ich mache ja so alle drei Wochen immer einen Termin. In der Regel, weil zwei Wochen sieht alles immer super aus. Auch so nach der dritten Woche ist so langsam, wo man mal sagen könnte, okay, kann mal wieder aufgefüllt werden. Aber ich könnte es auch locker vier Wochen aushalten. Also ja, aber ich mache es so alle drei Wochen. Beim nächsten Mal habe ich zu ihr gerade gesagt, die soll mal eineinhalb Stunden reservieren, weil ich möchte mal zwei oder drei D-Wimpern machen. Vielleicht auch nur die Hälfte normal und dann zwei D- oder die Hälfte zwei D- und dann der Rest drei D- Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, genau. Ach, ich wollte jetzt mal, weswegen ich jetzt nochmal mit euch quatsche, Hallo Auto-Vlog. Und zwar habe ich jetzt im letzten, also ich habe heute das Hochzeitsvideo online gestellt. Also vorhin genau, habe ich glaube ich schon gesagt. Und da kamen so ein paar, da kamen wieder so ein, zwei Kommentare, wo ich mir gedacht habe, so, oh mein Gott. Also. Also über manche, über bestimmten, also es gab so ein paar Kommentare, da will ich gar nicht drauf eingehen, weil es so, es ist halt nicht der Rede wert. Dann wurde wieder gefragt, ähm, oder es wurde gefragt, ähm, oder es wurde gefragt, ob mein Freund auch mit dabei war. Ja, er war, natürlich war er mit dabei. Ich habe ihn nur nicht im Video gezeigt, weil ich ihn ja nicht zeige. Genau. Dann habe ich ein paar Mal die Nachricht bekommen, ob ich denn, ähm, wüsste, dass der Lias in einer Frequenz zu sehen ist, wo wir Gruppenfoto gemacht haben, wo ich mir denke so, okay, Leute, ich schneide das Video. Ich sehe die Dateien und ich schneide das Video. Natürlich sehe ich, was ich in dem Vlog zeige und was ich nicht zeige. Weil ich habe schon, das habe ich jetzt schon öfter bekommen, ähm, auch, ähm, so von wegen, ja, im Schlafzimmer sieht man den Lias im Hintergrund und im Wohnzimmer sieht man den Lias im Hintergrund. Weißt du das? Und ist es aus Versehen? Das kann überhaupt nicht aus Versehen sein. Wenn ich, wenn ich ein Video schneide, dann sehe ich es ja detailliert vor mir und ich schneide es ja Step by Step. Das heißt, alles, was in meinen Videos zu sehen ist, ist absichtlich. Was heißt absichtlich? Aber ich weiß, dass es zu sehen ist, auch wenn man manchmal meinen Straßennamen und so weiter gesehen hat. Also, Leute, wenn ich schneide, dann schneide ich sehr bewusst. Ich mache das nicht irgendwie im Halbschlaf oder sowas. Deswegen macht euch keine Sorgen, wenn mal ein Straßennamen zu sehen ist oder wenn mein Freund im Hintergrund doch irgendwie leicht zu sehen ist, weil er irgendwo hinten im Schatten steht. Oder wenn der Lias auf irgendwelchen Fotos zu sehen ist oder auch live zu sehen ist. Das, wie gesagt, also ich mache das schon alles. Im Bewusstsein schneide ich meine Videos und deswegen weiß ich, was ich gezeigt habe und was nicht. Und ich hatte den Lias in einem Gruppenfoto, wo wir Gruppenfotos gemacht haben, gezeigt. Aus dem Grund, weil wir gegen das Licht standen und es war extrem, extrem dunkel. Man hat den Lias überhaupt nicht erkannt. Man hat zwar gesehen, aha, da ist ein kleines Baby. Man hat aber nie im Leben seine Gesichtszüge oder man hat ihn nicht richtig erkannt. Und deswegen habe ich es drin gelassen, sonst hätte ich es rausgeschnitten. Genau. Also so viel nochmal dazu. Wenn ihr irgendwann mal in Zukunft den Lias sieht oder sonstiges, dann, wie gesagt, das hat dann schon alles seine Richtigkeit. Und ihr müsst mich nicht darauf aufmerksam machen, weil ich habe prompt Nachrichten bekommen. Man sieht den Lias, man sieht den Lias. Hast du das aus Versehen gemacht und pass auf und keine Ahnung was. Also dazu nochmal keine Sorge. Dann wurde ich, oder dann wurde in einer Frage gestellt. Ich glaube, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich die Frage gelöscht habe, weil sie so komisch gestellt gewesen ist. Irgendwas mit, weiß jemand, woher Amandas Freund kommt? Der ist so dunkel. Also ich habe ja schon oft gesagt und ich mache auch kein Hehl drum, dass mein Freund aus Eritrea kommt. Habe ich jetzt schon sehr, 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 sehr oft gesagt. Und wenn jemand einfach nur fragt, ja wo ist, was ist denn dein Freund für ein Landsmann oder sowas, dann ist das gar kein Thema. Aber wenn jemand sagt, dein Freund ist so dunkel, wo kommt er denn her? Dann hört sich das so komisch einfach an. Also da sind wir wieder beim Thema, der Ton macht die Musik. Also ich sage ja jetzt auch nicht irgendwie, was weiß ich, zu jemandem, dein Freund sieht zum Beispiel sehr asiatisch aus. Wo kommt er denn her? Oder was weiß ich was. Also das ist so total auf die Hautfarbe reduziert. Wenn derjenige oder diejenige jetzt gefragt hätte, keine Ahnung, habe es nicht mitbekommen, wo kommt dein Freund denn her? Okay, aber wenn man die Frage gestellt bekommt, dein Freund ist so dunkel, wo kommt er denn her? Keine Ahnung, werde ich demnächst gefragt, du bist so weiß, wo kommst du denn her? Wisst ihr, ich meine, das hört sich so komisch einfach an. Also ich sage es gerne noch einmal, mein Freund kommt aus Eritrea. Genau. Ich habe sogar, als ich das das letzte Mal beantwortet habe, in den Kommentaren gelesen, dass jemand, irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben, Eritrea, habe noch nie zuvor was von diesem Land gehört. Also so, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt abwertend deuten soll oder mangelndes Allgemeinwissen. Keine Ahnung, also Eritrea ist ein Land, was in Afrika liegt. Sehr weit oben im Osten. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also, ja. Genau, und dann wurde ich noch gefragt, in dem Video wurde ja meine Mutter angesprochen als Rentschler auch. Meine Mutter heißt ja mit Nachnamen auch Rentschler oder hieß Rentschler, genauso wie meine Schwester und ich. Und da wurde gefragt, warum heißt meine Mutter denn Rentschler? Ich hätte ja mal gesagt, dass sowohl meine Mutter als auch mein Vater aus Kroatien stammen. Das ist, also, nur weil man einen deutschen Nachnamen hat, heißt es nicht, dass man nicht aus Kroatien stammt. Genauso hatte ich letztens nämlich auch was, wie war das, irgendwas war mit dem Reisepass gewesen. Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war gewesen, wo ich gesagt hatte, dass ich Kroatin bin, weil meine Mutter und mein Vater daherkommen. Und dann hat mir irgendeine Zuschauerin geschrieben, ich bin in Deutschland geboren, also bin ich Deutsche. Genau. Ja und nein, also rein rechtlich bin ich Deutsche. Ich bin in Deutschland geboren, ich habe einen deutschen Pass, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich fühle mich auch als Deutsche. Es ist ja jetzt nichts Negatives oder so. Also nicht falsch verstehen. Aber Fakt ist, dass meine Mutter und mein Vater aus Kroatien stammen und meine Wurzeln aus Kroatien sind. Und deswegen sage ich immer, ja, ich fühle mich schon in Deutschland zu Hause und alles drum und dran. So ist es nicht. Aber wenn jemand sagt, woher kommst du, dann sage ich, ich komme aus Kroatien. Auch wenn ich dort nicht geboren wurde. Einfach, weil meine Eltern dorthin kommen. Genau. Also, so kenne ich das aber auch nur. Also, mit allen, also alle, die ich so kenne, die aus dem Ausland kommen, die aber in Deutschland geboren sind, die sagen auch, ich bin dort und dorthin. Also, zum Beispiel mein Freund, wenn er sagen würde, ich bin Deutscher, dann würde er wahrscheinlich komisch angeguckt werden. Er wurde in Frankfurt geboren. Seine Eltern sind zwar aus Eritrea, aber er wurde auch in Deutschland geboren. Und wenn er sagen würde, ich bin Deutscher, dann würde er wahrscheinlich komisch angeguckt werden. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, also ich kenne das so. Ihr könnt mich gerne korrigieren, ob das bei euch anders ist. Also, ich kenne das so, dass man sagt, dass man das ist, was sozusagen die Eltern sind. Also, so kenne ich das seit, schon immer. Also, das wurde schon immer so gesagt. Ob das jetzt in der Schule war oder egal wo. Wenn man gefragt hat, woher kommst denn du? Dann hieß es, ja, bin, was weiß ich, Türkin zum Beispiel. Weil die Eltern türkische Abstammung sind, auch wenn die Kinder in Deutschland geboren wurden. Also, so kenne ich das. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es bei euch anders ist. Dann jetzt nochmal ganz kurz zum Nachnamen zurück. So. Der Nachnamen Rentschler kommt einfach daher, dass meine Mutter mit einem deutschen Mann mal verheiratet gewesen ist, der den Nachnamen Rentschler trägt und ich den automatisch auch angenommen habe oder meine Schwester. Einfach, weil wir als Familie den gleichen Nachnamen haben wollten. Genau. Und das ist der einzige Grund. Mir gibt es da nichts zu sagen. Und weil es wurde halt, die Frage wurde so gestellt, so mäßig. Du hast doch mal gesagt, dass du Kroatin bist, dein Vater und deine Mutter, dass sie Kroatin sind. Warum hat deine Mutter auf einmal einen deutschen Nachnamen? Also, ich wurde noch nie gefragt, warum ich einen deutschen Nachnamen habe. Weil ihr wisst ja, dass ich nicht verheiratet bin oder jemals verheiratet war. Da wurde ich zum Beispiel noch nie nachgefragt, warum habe ich einen deutschen Nachnamen? Ja, genau aus diesem Grund. Also, das hat auch vielleicht damit zu tun, ich hatte immer den Nachnamen meiner Mutter, nie von meinem Vater, weil meine Mutter und mein Vater waren nie verheiratet gewesen. Also, ich hatte noch nie einen kroatischen Nachnamen. Ich hatte immer den deutschen Nachnamen gehabt. So, das war's. Kurze Infos oder ein paar Infos, was die letzten Kommentare so gewesen ist von heute, was ich jetzt frisch gelesen habe, wo ich frisch eine Info zu geben konnte. Bin jetzt gerade angekommen und gehe jetzt mal zu meinen zwei Männern rein. Mal gucken, was die machen. Und wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen, glaube ich. Und dann passiert heute nichts mehr. Morgen sehr wahrscheinlich auch nicht. Ich bin morgen relativ eigentlich den ganzen Tag zu Hause. Mein Freund ist nämlich verabredet mit seinen Jungs. Deswegen werde ich morgen relativ den ganzen Tag alleine sein. Und dafür bin ich aber Donnerstag relativ unterwegs, wisst ihr ja schon. Also, mit der Ausweisgeschichte vom Lias und dann meine Tattoo. Ich bin so, so, so gespannt, wie das wird mit dem Täter, Täter, mit dem Tattoo weglasern. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob das, wie, also ich weiß ja, dass es wehtun wird, aber wie sehr wird es wehtun und so weiter und so fort. Ich bin sehr aufgeregt. Aber ich werde euch ja da mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, ich melde mich morgen, wenn irgendwas sein sollte. Ansonsten spätestens am Donnerstag. Also, macht's gut, ihr Süßen. So, ich bin am Kochen, einmal ein paar Mini-Schnitzel. Und ich habe jetzt hier normale Kartoffeln und auch die Süßkartoffeln so in kleine Stückchen geschnitten, einfach mit verschiedenen Kräutern gewürzt, Olivenöl und so weiter. Und jetzt ist es gerade schön am Backen. Ich hoffe, das ist bald fertig. Ich müsste in den nächsten 10 Minuten fertig sein und dann lassen wir uns schmecken.